Verwanz-Elite-Studio La Iona Verwanz-Elite-Studio La Iona Verwanz-Elite-Studio La Iona Dann der Verwanz-Elite-Expion und noch einmal Verwanz-Elite durch Heino dem Vater der Großmutter mit der Lea Salz Wer dieses billige Elis der erst sofort wo die Zuchtschläge liegen muss, nämlich bei Elisabeth und Reimann Breitmüller aus Mossos da in Lückersfaden Er ist gewiss mit 1,46 146 im Stoffmaß Sie sehen nicht genau, dass alle HLP-Ergebnisse sofern uns denn welche vorliegen auch vermerkt sind HLP und SLP natürlich in SLP steht für Studentenreisheitsvorrufe